Und you will know, we already know the smell of the, 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 know the smell of the game. So, hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen Fight Night Stream. Na ja, spontan ist er nicht, aber auf jeden Fall zu einer Fight Night mit. Bitte, Map Master hier, sag mal hallo. Ja, was geht ab? Ja, wir, äh, ich dachte mal, ich mach mal ein, zwei, drei Videos, mal gucken, äh, zu Gültige Strife, denn Johnny ist da, Season 3 ist da mit der neuen Mechanik. Und dann wollen wir auch loslegen. Wir haben auch... Beide haben jetzt der PS5, also geht es einfach alle schnell an. Beziehungsweise sieht, ähm, bei dir dann viel schärfer aus. Ah. Und die Partikel-Effekte, deutlich mehr. Und die Ladezwein sind auch kürzer. Stimmt. Sonst, sonst, sonst etwas länger dauert. Drei Malzulung, glaube ich, hat es gedauert. Na ja, trotzdem schnell. Puh, gleich gegen Leo. Wuhh. Wollen wir mal gucken. Schröger? Nach pregunta... Ach Advanced das... Jasper? Ja, das war auch. J NAS. Und jetzt geht's noch rein. Wir werden... Der hat einen... Jetzt holen wirio... Wunder! Ach, Projektile und Johnny, das wird schwierig für mich. Okay, und ich, nein, die Neidung muss zurück in den Links, von anderen. Macht er nochmal. Ah. Oh. ja johnny johnny star ja 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 Ich bin ein Witzig. Ich bin ein Witzig. Ja, bin ich. Oh, noch nichts. Okay, kommst du durch. Oh, ja, was geht's? Ach, das trifft mich. Da war's, schreibst du. Oh, ja, wir machen ja früher, wir haben gesagt. Das trifft mich, okay. Uh, das wird schwierig. Bisschen zu feiner. Größer an allem. Der Schlag geht immer noch. Oh, scheiße. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das wird schwierig, weil du spielst mit dem Charakter, den du kannst. Also, beziehungsweise, den du quasi mainst. Ja, da kann ich wenig gegen machen. Da kann ich echt wenig gegen machen. Ja. Und 2-0. Ja, das wird einseitig. Ich sehe das schon. Nee, das wird necks. Was? Oh, der ist nicht weggekommen und dann. Jetzt warten. noch erwartet und wieder verloren naja ich kann es nicht ändern natürlich warte du bist sicher bei dem scheiß ich komme da gar nicht unten hin und wieder verloren ja nee das ist schwierig gegen deinen quasi second main ja klar hast du den mit portempern hast du dich wenig beschäftigt habe ich auch immer dieses und wieder verloren ja wieder verloren ach das ist lächerlich ach egal ich kann es nicht ändern ach wieso war das keine combo und schon wieder habe ich verloren ne ja ne noch nichts boah wo du mal Zeit das ist mein Name ne das war J er macht wirklich ein J ach so aber das schreibst du so als du wärst der Gachi hä ich kapier es nicht ich komme nicht durch ich komme nicht durch ne warte ja damit kickst du mich doch immer ich habe wieder verloren ach Leute ja Sotti für meine Performance aber was soll man machen irgendwie check ich das nicht hier da schreibst du tsch Natürlich, ach, weißt du was Ne, das ist krass Ich kann nicht gegen deinen Second Man Ankommen, vergiss es Das ist Das ist krass Der kommt durch Was? Ich war nicht weiter, klar Das ist krass 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 5-0 Leute, was soll man machen Das ist krass 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 Weil ich greifen wollte Weil ich greifen wollte Nee, ich kann dagegen wenig machen Das ist krass Oh Mann Das ist krass 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 dieses krass Das ist krass Mit... Das ist krass Das ist krass Das krass Das ist krass Ja Das ist aber echt schwierig. Und schau, Baby! Geh doch! Ich habe mich nicht gedacht. Das ist die Welt, der Siebzschuss. Und das ist die Welt, die Siebzschuss. Duell 1. Ich bin jetzt. 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 Die Endes! Mann, Mann, Mann! Juss! Laufst du langsam. Dann werfen wir die Karte. Das mit den Karten auch nicht so drauf mit Johnny, deswegen ist es nicht so krass. Dann gehen wir so langsam. Dann gehen wir so langsam. Ah. Immer dieses Kontern, ey, ach, leck mich. Ja, da war Resigort. Dann kann ich da ja werden. Versteh ich nicht ganz. Ah, ja. Na ja. Seid du schon, aber willkommen zu wem? Das versteh ich nicht. Was ist das denn? Auch wieder Konter? Ja. Aber wer hat uns das? Na ja, schießt nur. Na ja. Ist schwierig, ist schwierig, Leute. Na ja, schießt nur. Boah, 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 beben. Na ja, schießt nur. Na ja, schießt nur. Na ja, schießt nur. Man. Ey, steh davor. Ich krieg nichts gebacken. Ach, das ist schade. Na ja, schießt nur. Na ja, schießt nur. Was ist das? Was ist das? Denk ich mir manchmal auf. Was ist das? Jani, Baby! Das war blöd. Das war's für heute. Ich kick ihn nicht, äh, gegriffen. Ah, okay, das geht. Ich kick ihn nicht, gegriffen, schade. Äh, du machst das zweimal? Äh, ich krieg's eigentlich, ähm, drück ihn, ja. Ja, das geht. der Da bist du nicht unten. Schaden. Aber der ist scheiße sicher, okay, das ist projekte sicher. Hart. Okay. Das war zu spät. Das ist sicher? Okay. Jo, die Grünen, mit der Maße auflegen. Ah. Jo, Rene, was geht denn? Mach der Wake-up. Shit. Ich fühl noch, aber die Geo hat langsam auf. Was? Ach mal, ich komm da nicht raus. Da bin ich blöd. Klar, so bist du nicht. Perfekt? Was? Du hast mich nicht einmal gekratzt? Wie jetzt? Alter Schwalter. Ja. Jo, der ist ganz so groß auf euch. Ja, ich denke die schon an sein. Was? Ja. Ja. Ah, wir machen nix. Ja. Ja. Was? Wie lahm kann er das machen? Ah, scheiße! Ich dachte mir so, ha ha! Heute scheiße hat er ab, Alter. Okay. Neuschloßwahn, Prost! Ja, wollen wir Charakter wechseln? Zeig sechs, finaler Kampf. Mein Gott, ich wusste jetzt nicht, dass du so auf Zahlen guckst, mein Gott. Jetzt gerade, gleichstand jetzt, für mal schauen, ob's jetzt hat er mein Main, er hat sich Gott Main schon besiegen, kannst du mit dir? Mach das nicht. Ach ma, der hat ne Scheiße hier nachts. Nein, in dem Jahr hat es gerade, habe ich keinen Hitbox. Das ist nö so, irgendwie. Nee. Ich glaube, ich werde auch, wenn ich die da vorne hat. Das ist so. 3-Rio, in der Falle 6%, dazu Maggi, da hinten auch keinen Platz mehr. Das war zu viel. Das war aber schwierig am Anfang, wirklich. Okay, dann machen wir Charakterwechsel und dann spiele ich mit, ja, einem Charakter, den ich vergessen habe, mal zu zeigen. Deswegen jetzt, alles klar, denn bis gleich. Okay, meine Damen und Herren, der letzte Charakter der Season 2, Batman, beziehungsweise Delilah. Nichts, Johnny. Nö. Wieso? Ich wechsle mal die Charaktere durch. Ich meine, Johnny ist der erste Charakter gewesen. Nee. Johnny ist der erste Charakter der Season 3. Batman war der, ach nee, vorletzter Charakter war Batman, der letzte war Deadman, beziehungsweise Asuka. Ich glaube, an dem musst du erstmal deine Augen orientieren, weil der ist überanimiert bis zum Gehtnichtmehr. Der geht ja. Ja. Aber da muss ich gucken, was ich mache. Ach, die ist es. Keifan, hörst du? Ein Tag genug. Nee. Ihr Bluter ist gestorben. Stopp. Better. Versus. Ramlethal. So, warte mal gucken. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich werde mal gucken. Was macht keiner. Da muss ich nicht mehr, ich meine. Warte, war das so? Hm, bisher sieht das nicht so laut. Genau. Das ist natürlich leicht zu spielen erstmal, weil ich muss erstmal rankommen. Uff. Ach, das war. Das war einfach so. Das ist doch mal ist. Töco. Das war einfach so. Lass drauf. 변 remaining zak99ml costume. Diesen, es ist gestorben. Töco. Isto, wird das das doch komisch. Was macht einer Kino thing! Was macht? Diese mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll, weil das ist schwer, aber das Ding geht ab. Aua! Ich habe noch mal ein Blut. beardedzt. Ich habe noch einen Blut. Ich werde sie mitnehmen, um den werfen zu verdienen. commanderer. Aber jetzt geht es. Auf der anderen Seite. Ich habe mich in derunächst Verse gesehen. Ich habe mich in der erste Seite und ich habe mich in der ersten Seite vorgestellt. Er beschützt sie. Wenn Digg zuerst, wenn die Akapa fängt, dann kämpft's, ähm, das Minim. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? Faceshooter! Erstmal zum Bat gehen. Aber macht Spaß. Macht Spaß. Das Ding. Dann bin ich nicht aktuell, wenn ich gegen die Kämpfer rauskomme. Jetzt wird sie drehen und so. Wow, was ist das? Äh, hol dir Energie aus dem Auge. Bedman. Wins. Duel 2. Da. Da. Ne. Wie. Wie. Das. Jetzt. Oh, ich hätte nichts machen sollen. Aber krass animiert, das Ding. Na, ich komme jetzt nicht so ganz ran. Hä? Ach, du hast ein Schwert geworfen. Ne, bräuchte ich ihn. Ne, ich habe ein Schwert geworfen. Dreh einfach auf, die Scheiße. Ja, die Scheiße dreht auf, ja. Ja. Dann ja, die Scheiße. Oh, ich habe ihn mit. Oh, ich habe ihn wirklich mit. Oh, ich mache ihn mit. Ich mache ihn mit. Oh, ich denke. Ich mache ihn mit. Oh, ich gebe dir das. Oh, ich gebe dir das. Ah, ist schwierig. Das ist echt schwierig. Hallo. Hallo. Hahaha. Willkommen, sagst du schon, oder? Völlig geil, das Ding, ey. Ich bin der Master in... Oh, mein Gefängs. Willkommen. Hat auch wieder meine Lust, ein bisschen würdige Zweifel zu machen wieder. Und schlagen nicht, mein Gefängs. Oh, mein Gefängs ist da, mein Damen und Herren. Moin, moin. Ich bin's, ja, ja, wir wissen's. Mal schlagen nicht mehr, was gehört hier. Ei, 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 ei. Das ist nur gewöhnlicher Zaunschlafschirm. Hahaha. Völlig, völlig genial, das Ding, ey. So, instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, Evan, or Hell. Also nichts. Ah, ist das immer bei ihr? Ah, Rumblefall. So lange du es nicht kaputt machst? Ja, die kennen sich. Ja, das ist richtig. Ja, ein Moment. Bin der Master meinen Bang-Charakter gespielt. Ja, ich hab ja vorhin gesagt, ich allow mir mal deinen Charakter zu nehmen. Ah, waaah. lauf einfach mal gegen ja das ding ist du hast sauviele optionen weil das ding ständig am aufpassen ist das war für mich nicht einfach da kann es zu spät wir haben wir haben ich habe damit ich bin es leider nicht nur als wortwitz ja aber der witz ist ja schon aber das ding hier das ist auch wirklich also ich habe gedacht so könnte viel zu schwierig sein aber tatsächlich das ding macht was also wirklich interessant es ist weder johnny cage noch johnny joe star joe star am besten ist von jojo visa ja da kann ich wenig machen ahhh waaat muss man w-w-w-w-w-w-w-w du bist nicht mehr einsam einst du bist nicht mehr als das problem wäre wahrscheinlich er hat ja als nur feiern klar hat die macht sich sorgen wenn ihr beschützt beziehungsweise dass er das letzte überbleibste von ihrem bruder auch was ja politik hat das dinge auch die stacheln was hat das ding nicht wo ich auch keinen dien nicht mehr greifen muss dann ergreifen bitte ach das ist überall das ist so das nervt mich ich bin schon interessant hier ist doch eine gleiche spreche auszudem jetzt sieht man das jetzt aber es sollte einen schon ach man ist halt nicht leicht und das ding trifft immer ach das ist schwachsinn das ist echt schwachsinn voll zwar war aktiv sehr schlimm ist klar Und trotzdem bist du sicher, ach, das ist doch. Oh. Oh, Renderfall, oh Mann, ey. Ich sag dir halt, das ist ein gegen den Boss. Ne, die ist viel zu einfach gesteckt, die ist viel zu einfach. Ganz einfach. Niemand hat so ne Strings wie sie. Hey, das hier ist jetzt auch nicht sicher. Ja, weil ich ja auch mal Kilometer weit weg war. Äh, Konter? Na, guck mal. Bin doch wieder weit weg und dann trifft mich doch. Leck mich. Leck mich dieses Special. Guck mal, das ist nicht wahr. Guck mal. Guck mal, ich wusste nicht, was ich machen soll. Was soll man da machen? Ey, Alter, es ist echt lächerlich. 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 Guck mal. Guck mal. Guck mal. Du ballerst nur Wumm und du triffst immer. Ich mach ganz normale Sachen. Nix. Ach, das ist manchmal. Reg mich der, reg mich die alle auf manchmal. Oh Mann. Nein. Rein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich will dann. natürlich natürlich ist sie sicher aber ja aber trotzdem ich krieg's nicht mit der hinten also beziehungsweise das ist ja auch nur zum spaß ja so wechseln alle super super guck mal Guck mal, die zippt immer. Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich meine, okay, ja, bad ist groß, aber trotzdem, das ist... Das kann auch bei Lann, die zippt. Was? Ach man, ey. Sorry, das darf ich auch mal wieder. Ach, das ist... Das ist doch blöd, Alter. Mann, Mann, Mann. Mein Gott. Guck mal, ich... Nix, nix, nix. Ballast, ballast, ballast und ich kann nicht raus. Das... Nee. Und wieder der Scheiß, ach. Komm mal. Es ist so ein Schwachsinn. Manchmal, aber egal. Wie kann einfach so ein Ding sicher sein? Das ist manchmal echt die Frage. Ja, ich hab gar nicht mein Gott, ähm... Johnny, ich hab gar keine DC-Charaktere. Mal gewusst. Jetzt sind wir zu allen, hä? Hallo? Meine Güte, endlich. Mal gewusst. Ja, aber... Das war's für mich. und natürlich wie kann immer sie kann ach komm das verstehe ich nicht so was soll man da machen das meine ich das ist so komplett over also das krieg ich ja nicht mehr mit meinem kai hin also das ist echt bescheuert er hat so einen batman absolut keine chance komm mal ich kann dich unten an hilfst mich ja ich kann es vergessen ja ich glaube das ist vorbei jetzt was ich sehe ich sehe wie ich was kann alter ich habe zehnmal verloren erzählen mir nix mein gott kann die mal unsafe sein 70 meine fresse das ist ja safe und wieder der scheiß ach weißt du was warum kann die das ohne die schwerte das ist die frage alle fragen aber ja komm ich w ich 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 Kommst einfach nicht gegen die Alter an. Naja, mein Gott, ist doch ein bisschen schwer fertig. Das ist ja, mein Gott, ist doch ein bisschen schwer. Ach man, die war am Arsch der Wäderen. Das kann nicht immer sicher sein. Ja, der Scheiß kann nicht immer sicher sein. Wird ja langsam auch mal Zeit. Badman. Okay, Charakter wechseln? Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich. So, Jojo Girl ist wieder am Start. Wollen wir mal gucken. Ich habe heute im Training gemerkt, die zieht echt weniger ab. Das ist mies. Das ist echt mies. Ja, weil sie wurde als Heitier bewertet, weil die so viel abzieht. Und dann, ja. Die ist schon krass drauf, klar. Du kannst klasse Kettenkombos machen. Du kannst, ja. Aber, dass sie so wenig abzieht, das ist schon... Die Kombo, die hat früher viel mehr abgezuckt. Ich habe fast gehabt. So, 1 zu 0. und so ein bisschen Bisschen wissen, wie der Jojo läuft, aber sonst ja. Schwierig ja, ich freu den Ach ja, das ist so Autofokus Habe ich vergessen Immer noch der Scheiß Jojo Girl Ja, wenn ich weiß wie ich meine Sachen wieder machen kann Teilweise ja, aber ich zieh sie echt wenig ab Das ist krass Warum die ich nicht zu meinem Second-Main gemacht habe, keine Ahnung Aber ich bin auch ein bisschen zu schlecht Ich bin auch nicht zu meinem Ich bin auch nicht zu meinem Ich bin auch nicht zu meinem Ich bin auch nicht the- Ah die Wand Ah, genau, du wartest jetzt ab. Ja, das wird jetzt problematisch. Wenn du nur abwartest und die ganze Zeit treibst, ja, das wird schwierig. Weil mit Bridget aufmachen ist eine ganz andere Sache. Ich muss dich wegwerfen, sonst geht das nicht. Ah, ja, ich krieg mich trotzdem. Scheiße. Ah, ja, ich kriege das nicht. Ah, ja, ich kriege das nicht. Ich kriege das nicht. Ah, ich hab's verkackt. Und weg bin ich. Noch nicht ganz. Ach. Wieder die Wand. Ach, Mann. Das ist das Problem. Wieso macht sie so wenig Schaden, ey? Nein. Das er es noch trifft? Ja, weiß ich. Ich konnte mal. Erwin, konnte das schon? Ja, das ist da. Es ist ein guter. Ja, courage. ieß, was wäre das. Das ist so schwer. Ja, ich komm nicht ran. Ich komm nicht mehr ran. Bei erstens, ich mach viel zu wenig Schaden. Das ist das Problem hier. Allergrößte Problem hier. Was? Oh, das ist daneben, warum daneben? Mit dem Arsch. Mit dem fucking Arsch, Leute. Oh, das ist das. Ach, Mann. Ja. Wirf die scheiß Jus in dein Gesicht. Meine Güte. Nein, Mann, 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 Mann. Aber ich kann besser mithalten, aber trotzdem. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist Anteer. Das ist Anteer. Hey, ich hab doch deinen Kopf. Ich verstehe nicht. Ja, ja, das ist keine Kombo. Ich vergesse das jedes Mal. Ich verstehe nicht. Ja, ja, ich bin's. Nein, klar, streichel, ne? Hä? Ich darf, darf ich dich nicht mit deinem Jojo, mit meinem Jojo dann? Ah. Erleichter ist halt schnell, ne? Na gut, der ist schorgen. Ah. Ah, zu langsam. Nee, das war zu viel. Ach, das ist blöd. Das ist blöd, das ist echt blöd. Oh, ich vergiss jedes Mal, dass das Ding so lahm ist. Ach, das ist blöd. Das ist doch mehr als ein Hit. Ja, ich, ich wusste, ja, musste ich. Einfach springen und greifen. Ah. Ah. Kann ja wie die Dessen noch mehr schaffen. Ja, das, mein Problem ist mein Schaden. Das ist das Problem. Weiß nicht. Ja, was meinst du, warum die Matches hier so lange dauern? Was glaubst du? Guck mal, ich komm nicht mit meinem Jojo dann. Mann, das ist Schwachsinn. Also, das ist echt kacke. Guck mal, ich kann das nicht blechen. Das ist viel zu krass. Was? Ja, noch Kacke. Oh, und ich geht drauf, warum? Ach nee, ich muss Jojo's werfen. Oh je, 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 je. Gerade an habe ich angegriffen. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Oh, ich bin, dannLEY geht. Duel 3. Treib extrall sites Let's rocket! Hast du den besorben, hrm.... lich. Mit dirраф enrollst du ihn? Super mats. Sehr schön. Auf eine Woche. Nein, 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 nein Kipp endlich um, meine Fresse Das ging früher viel schneller Aber die macht immer noch Spaß Ah, da kann ich nichts machen Oh, nicht mehr schaden, ich krieg's Kein Sinn Einfach springen und greifen, das ist so Ah, das war viel zu easy Was? Wie weit greift das denn bitte? Und fertig Das Problem ist, Potemkin spielst du halt normal Du könntest, man kann viel besser mit Potemkin spielen Aber ich find, du spielst viel besser mit Leo Weil das ist einfach Ist schon schwer Ja, klar Ach, komm Das ist mein Problem Guck mal, wie viel Schaden ich dir mache Und wie viel früher Schaden ich dir gemacht habe Das ist Oh, er greift mich einfach Das ist Ha, ha, das ist doch Kacke Ach, Schlecken Was? Teddybär Lässt mich in Ruhe Oh, ich denke, ihr kriegt's Hä? Ihr Jojo? Ja, Leute, jetzt mal ehrlich Das ist, das finde ich Das finde ich ein bisschen willkürlich Ich meinte, wie da ist Und ich kann nichts setzen Weil das keine Kombo ist Ah Das ist so eine Scheiße Und das ist zu viel Armor Das ist zu viel Armor Echt Das ist so eine Scheiße Wand. Kommt nicht überspringen. Scheiße. Ach, immer diese Kackwand. Das ist echt problematisch. Ich zieh schon wenig ab, Leute, ja? Scheiße. Scheiße, direkt. Das verstehe ich nicht. Beim Landen greifen. Beim Landen greifen. Da habe ich keine Chance. Absolut nicht. Ach, come on. Ach, Mann, du. Er ist kein Mann mehr. Er ist Rock the Baby, Alter. Haha. Und wieder die Scheiß, Mann. Habe ich jetzt nicht verstanden. Warum habe ich dich nicht bekommen? Äh? Okay. Nee. Was? Und wieder Wand. Ey, das ist... Ah, das ist doch scheiße. Es ist so blöd. Ja, es ist so... Dein Kopf treff ich nicht. Ich treff deinen Kopf nicht, obwohl ich ein Jojo werf. Ah, Mann, ey. Das ist schwierig. Aber du weißt, wo mein Problem liegt, ne? Ich hatte zwei Schaden und... Ähm, trifft nichts. Nee. Das ist der Schaden. Das ist der Schaden. Ich hatte die Kizine allgemein wenig ab, da habe ich mir gesagt. Nee, sie hat ja ganz gewaltig... Ich war schon dabei, egal. Weil das macht das Ganze schwieriger. Guck mal, ich ziehe dir mit meinen Kombos nix ab. Nix. Ich muss viel mehr machen. Guck mal, und wenn ich da nicht durchkomme... Guck mal, damit habe ich früher den Scheiß gebrochen. Jetzt, jetzt ist das sogar... Ach, du brauchst das nicht mal berühren. Die ist schon weg. Das... Die haben die echt krass genervt. Unnötig. Unnötig. Echt. Hat sich wahrscheinlich zu viel beschwert. Ja. Oder, ähm... Die sagen jetzt, was sie hier raus. Ja, weil da... Weil, weil so ein Matches gewinnt. Ich meine, klar, das ist Potemkin, aber trotzdem, das ist... Die sagen jetzt, was sie yn mirthet ab. Und dann sind wir... Die sagen jetzt, wenn man keine Tränen... Das ist ein, was sie ganz dummer, dass sie mit dem Geld hat. Die sagen jetzt, was sie erst auf wird. Die sagen, was sie nicht? Das ist gut. Ja, ich rufefe gegen die Sonne. Die sagen, was es nicht so... Ich rufe gegen die Sonne. Die sagen, was sie nicht? Was? Ich habe es vielleicht gemacht, du blödes Spiel. Ja, und? Den nehmen aktiviert. Mein Jujo kommt schnell. Egal. Wenn ich drücke, muss ich auch gezückt sein. Die beiden Rauchbeute wieder dualieren. Hallo, Reado. Ah! Ah, ein Potemkin Buster und schon ist das ganze Match vorbei. Und ich brauche 10.000 Schläge, bis du umkippst. Das ist unfair. Echt. Kann sich nicht wenigstens normal abziehen. Ja, schon da war. Nicht so, Reado. Hallo? Hallo? da 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 boom das war aber auch am ende das ist lächerlich im gegenseit zu anderen ich bin weit weg und er kriegt mich noch dass man die scheiße arme und nicht mehr brechen kann das ist so krass ich habe dich geschlagen okay weiter ein bonus ich komme nicht durch leute das ist so scheiße jetzt kann ich glaube ich auch nicht ich glaube nicht so ganz er ist nur relativ sicher bei einzigen wie weit ist der griff geworden nach das ist doch kann ja ein bisschen verlängern mit seiner kleinen hilfe kann etwas länger machen ja aber mein problem ist trotzdem ich kann da nichts gegen machen ich bin ich bin fertig ab ich wusste dass ich jetzt verlier weil ich kann deine arme nicht brechen bis die alte deine arme brechen kann so wie früher dass das das weiß nicht wie viel ich brauche schwindel diese scheiße und verloren weil ich hinterher gekommen bin guck mal was habe ich dir abgezogen und was hast du mir abgezogen das ist das findet ihr nicht so früh ich bin sie fragt ich arbeite ich bin meinst du ich painst du dich dass du mit mir du bist ich hab dich du bist ich bin ich bin du bist wir du bist und weg bin ich und das hilft mir auch nicht ja echt das ist so ne scheiße konntest den schild auch nicht weg bürsten was ne scheiße ja du besagt so lange sicher was konnte er noch nie im projekt in der kauf das hat damit sicher ja weil ich nehme lieber meine meine tension zum canceln als zu specials weil das zieht nichts ab ja das war's das ist so bescheuert ich drücke die knopfe im berücker und ich bin nicht sicher keine hits dann mehr auch ach das ist oh die arschbombe wieder sehr gut aber wie lange das dauert meine güte ich habe auch turniert mit der neuen mechanik das bringt mir gar nix nix das ist kein schaden der sich lohnt da kann da leid da ist es besser wenn ich meine ganz normalen kombos macht das ist kuss das ist kuss ja wenn wir zu schlafen uns da fehlt am 6 mit dem game pass besorgt als auch wenn wenn sie 16 durchspiel sorry hallo alle spielen wenn wir 16 habe ich nichts ich habe die schulter nie verstanden gerade aber okay das ist ein so lange minus und fertig ja ich hab aber ich witz nicht verstehen äh das ging durch man ich bin doch so von damals ich werf immer wenn du glaubst ein projekt hier bringt nichts der muss sich ans bei der skate 3 oder bei der schweiz oder alles rein weil das geld 3 es wäre es als gefährlicher Ja was soll ich dagegen machen? Verloren! Ich kann nix dagegen machen, Leute, nix. Nicht die kleine Blödschicht. Oh, das ist so großartig. Scheiße. Und weg bin ich. Er muss nur gehen und greifen. Ist Aki was für euch? Muss ich jetzt mal ausprobieren? Wie kommt der Stand-E-Summer? Bald ist es geht. Westliche Spiele sind nicht so meins. Das ist irgendwie immer gleich irgendwie. Nee, zieh mich nicht an. Ah, ist doch jetzt gut. Zum Beispiel war Witcher 3. Ja, das ist schon was anderes. Ist ja aber auch ein Westliches Spiel. Das ist anders. Ja, es gibt mal Ausnahmen. Weg mit der. Toll. Das ist ein Command Grab, der nicht stark ist. Normalerweise hätte der Priorität. Und weggegriffen wieder. Ich kann mich nicht mal wegbewegen. Das ist. D nova. Let's play. Das ist alles. Lass uns. Es gibt noch die wackigekte Gerichte. Das ist schweifelig. Los geht's. Machos. Jawas. Los geht. Ich schweifelig. Los geht's. Ungefähr. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. es ist mega gut gewesen er hat er auch wieder abniss gekriegt die cc da gab es jetzt zwei große dc sein wir haben doch nicht alles komplett gemacht wie gesagt da gibt es ja mal abdäht haben die wieder neue aufträge dabei gerade ganz so besser ich glaube dieses jahr so einmal hat der bildschirm ja aber wir haben sich dagegen hauen das ist doch absurd da ich hier mal also was ich hier mache das ist kämpfen halter dich totkloppen wie so ein keine ahnung das ist heftig ja was soll ich da machen kann ich nichts machen ich kann deine arme nicht brechen ich kann die wand nicht brechen da bin ich weg ja das 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 ist das 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 hast du kannst du auf deinem handy sowas schon sein und spielen nö klicke ich nicht mit weil er ist dann kaya fast nichts mehr teilt Was soll ich, was, wie soll ich das mitbekommen? Da gibt es ja die anderen, die, die, die andere machen ja den News, die nicht erst geht. Ja, das schwach. Wieso kannst du mich treffen, Mann? Ah. Und ich bin weg. Ich bin weg. Das war's. Danke. Nee, ist das nichts. Ja, aber gleich. Ja, was soll ich dagegen machen? Ich kann nicht nach vorne dashen, nix. Das ist, ah. Er kann mich trotzdem geholfen. Du, der ist sicher da? Oder was? Endlich. Aber das ist ja das Sieg Nummer 1. Nein, es besser. Nein, es besser. Ah! Anti-Air! Du musst öfters Anti-Air machen, weil du springst ein bisschen zu viel jetzt. NG-Vision schnappst du auch die Ahnung? NG-Vision? 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 Oder was meinst du? Weiß nochmal schon? NG-Vision? Nein, der ist 2019. Nur auf den Konsum. NG-Vision? NG-Vision? NG-Vision! 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 da ist doch ganz wenig klingelt wo wundert euch das der wird schon dreimal so da gibt es ja auch eine serie von der der flicks das ist schwachsinn das ist so ein schwachsinn das ist so eine scheiße warum gibt ihr das bridget warum geben wir das brüche die zieht schon wenig ab i don't get it ich meine ich kann gewinnen aber das ist viel zu schwer hab ich verstanden oriano sagt er ist sehr gut gemacht worden aber alles ist dann jetzt sehr gut ach das verstehe ich nicht du bist doch im bloß dann i don't get it wie kannst du im bloß dann sofort rausquepten nein mann guck mal wenn ich nach vorne gehe kriege ich auf die fresse das ist auch der arschbombe ist auch nicht ach mann wenn du mal verlierst dann sei mal ruhig also echt warum ist er sicher das darf doch nicht sein ach so das ist nur netz ähm ja ich weiß jetzt ja nicht weil ich die ähm die sie von netflix ja gar nicht gespielt habe ich weiß es darf ich es ich habe ja keine netflix oder ist das im spiel trotzdem drin oder was eigentlich verstehe es halt nicht ne nein er meint nein er meint äh dass die äh von der serie die netflix ähm skins von ach so ach so die was sie in die serie reingetan haben haben die jetzt auch im spiel drin ja du kannst wie henry campbell durch die gegend laufen ach so das meint er da ist die quesare drin ok ja das ist dann sehr klar das gäbe es nur bei wenn du nix hast ähm netflix und dann kannst du erst die köst spielen netz nichts exklusives ok und trotzdem fliegst du mich und trotzdem fliegst du mich hast du verloren oh mann fliegst du weit weg ja hä warum ist das anti er das ist ein scheiß special ach mann dass sie dass sie ihr quasi so bisschen die dieses gefährliche wegnehmen das ist so weißt du das ist so blöd das finde ich echt blöd dass man bridget den schaden wegnimmt und so ein bisschen die preo das ist blöd muss man viel mehr arbeiten ja ich denke mal die haben sich beschwert aber ich fand sie eigentlich vorher auch in Ordnung was du da ist das war ich habe ich alpha und so die 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 Sehr schön. Na, die eine Heckkombo, die war auch gut. Da habe ich das Joujo auch mal benutzt. Ich kann was mit ihr, aber. Ich bin deinen Scheiß ausgewiesen. Das ist eigentlich sicher. Ach so, du pausierst mit den Brücken, ja, warum nicht? Aber für mich ist es, ähm. Ich war, ey, mein Lebensdienst. Kampspiel ist süß, ne? Aber hier ein bisschen mit der Dreierolschung zu spielen. Also, normale Spiele. Ich will schon spielen, aber... Kampspiele kann ich immer spielen. Das verstehe ich nicht. Wie kann das greifen? Was? Ach, Mann. Das ist schneller als du. Jetzt kannst du sagen, aber... Junge, das war knapp. 6 von 23. Ja, aber schon mal... Hier gibt's kaum ein Lücke, wenn ich schon mal da im Minus bin. Weißt du, wie viel ich dafür machen muss? Das letzte Mal war zu viel Alkohol. Man muss ja nicht zuverlässig spielen unbedingt. Ich finde das ein bisschen zu... Alkoholwitz. Ach so, aggressive Gameplay. Ich weiß, wovon ich spreche. Ah! Ah! Oh. Wie? Das ist Krosser. Ich glaube, er spielt hier erstmal mit mir, oder? Hast du einen Minus? Wer? Du? Ja. Rock the baby! Hab dich! Jawoll! Oh, Mann! Wie bist du so angegriffen? Wenn du dich bist, dann krieg ich dich nicht. Also, er sei den Chats kommentieren, also kriegt er es mit. Und ich hab trotzdem verloren. I don't get it. Ich hab trotzdem verloren. Ich kämpfe wie ne böde Sau und ich verliere. Naja, okay. Es ist Potemkin. Aber ich zieh zu wenig ab. Das wird mir mit Kai nicht passieren. Kann man ihn zumindest die Füße irgendwie... Dass man, wenn er mir auf die Füße haut, sein Armour bricht? Oh, Mann ey. Und das war's. Guck mal! Das ist doch blöd! Ich bin doch schneller als du! Ah! Ohioioioi! Guck mal! Ich kann nicht... Sehr schön! Natürlich, ohne Back-Geshilfe, ja. Ich finde, du bist so ganz nah, das ist nicht gut, das ist bei dir. Was soll ich machen, wenn du die ganze Zeit da hockst? Meine Güte. Ah. Ich habe gesehen, was du machen kannst. Kannst du dir? Nee, sehe ich gerade. Und wieder greifen und weg bin ich. Jupp. Das ist mein fucking Problem. Das Ding hat nicht mehr greifen. Ich, ich... Ich kann nix dagegen machen. Weil... Guck mal, ich... Jeden Angriff. Da. Das wollte ich eigentlich vorhin machen. Ja, und das habe ich wieder verdor... Mann, ey. Nervt. Nervt. Hä? Ich mache Cross-Up und der kann mich greifen. Ich verstehe es nicht. Manchmal trifft es, manchmal nicht. Ey, ich verstehe es nicht. Ich spiele... Ich spiele da... Ich spiele da... die daher auch lieber... japanische RPGs. Ähm... Weil der Red Bull ist völlig nichts dauernd, für eine Schrift zu Ende. Und wie, du war das. Ah. 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 wie ich bin doch in der luft wechseln wir den charakter aber ich merke schon ich schaffe hier nichts im dritten kannst du entscheiden wie du wieder wie du ein gameplay gestaltet aber das ist schon ein rpg was viele was viele sogar nicht wissen die spielen taktik rpg weil du kannst du kannst ja immer pausieren und deine aktion wählen ist es eigentlich ein xbox exklusiv diese nee der erste kannst du auch auf der ps3 spielen beziehungsweise beziehungsweise kann es alle jetzt auf alle jeder plattform spielen also gibt es auch viele ps4 wo ich kenne es nur auf der xbox seite ja der erste war damals xbox exklusiv das ist richtig der kam später mit wo teil zwei bisschen spät länger raus war oder drei haben sie teil drei haben sie teil 1 verfügbar gemacht ist aber schlecht gealtert der das sind die alle da muss ich da muss ich mir erst mal klimatisieren ein bisschen mit ihnen wieder klarkommen was es ja ja ich es ja 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 Ach man, schwer für mich, die Windstrip, du bist eher die Zehmer. Hey, du hast auch dein Second Main quasi gegenein genommen, mit dem ich nicht gut um kann. Das Gameplay in 230 Action erreicht, ja, es ist viel mehr taktischer, ja, weil du hast viel mehr Optionen. Ach, leg mich am Arsch. Ach natürlich, ich finde das ist dann, es ist ein halbes Jahr später machst du dann. Oh, Riese kann mal klappen, ich bin so gut. Zack, 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 Spächen. Ach. Da hätte ich hier nur die Beine wegziehen sollen. Rock the Baby! Woo! Heißt ja auch nicht so zwischen so, oder? Nein, es heißt anders. Aber Inu ist Rock'n'Roll. Auch sehr Rock'n'Roll-mäßig. Ich weiß, ich spiel's Rock'n'Roll. Das ist Happy Metal. Was? Oh Mann. Das ist sicher. Ach, das ist der Grund. Ich hab' schon wieder. Bis jetzt. Komm' mal. Aha, du greifst mich tot. Okay. Ach, das ist der Scheiß. Bin die V. Ja, schon wieder. weiss du schon, wir kommen auf jeden stream hier, gibts hier Action, zack zack action, oder zack 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 zack, jawohl, zack zack zack, klar, soja, mich konzentriert, nicht auf die Kommandoren nee, du hast nur gewartet und gekontert, mehr war das nicht das war warten ich verstehe den Wirbel nicht ich verstehe den Wirbel nicht, warum ich da nichts machen kann ja zack zack zack, zack zack zack, Action hm da hab ich jetzt in dein Special auch nicht verstanden, bei einem Kampf du kommst nochmal drunter und ich kann des nicht kontern Hä? Ich muss erst mal gegen Klarkommen. Hast du schon? Hast du schon öfters gekonnt? Hä? Hä? Das ist der Deck-Action? Nee, irgendwie war ich scheiße gerade. Ich bin auch noch nicht eingespielt mit der. Ja, das ist der Deck-Action. Haha! Mann, Mann! Ach, Mann! Hä? Das ist neu für mich. Ah, das hat alles, was hat alles. Das hab ich... Nee, ich versteh das gar nicht, warum das meine Luft drückt, aber ja. Hm. Ja, das geht doch nur geradeaus. Was? Das trifft nichts, was, Mann? Entschuldigen! Ach, was macht das für Scheißen? Ja. 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 Warum ist das sicher? Warum ist der Schlag schon wieder sicher? Äh, äh, beh? Ma-, ja. Ja. Hm. Meine Offensive ist auch gerade nicht so doll mit Dino. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch Blödsinn. Das ist legitim, aber... Wie kann ich dich nicht kontern? Das habe ich jetzt absolut nicht verstanden. Du klopfst da weiter und... Du bist offen wie ein Buch. Wenn du in Sekna fast nur solche Zeit wirst, die erste Helfe Spiele dann noch Fleisch zu gewinnen. Endlich! Endlich, bist du mal weg mit dem. Das Ding ist eigentlich voll Frame 1 gleich da. Was ist das? Wake Up oder was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Ah, da hat er sich gemacht. Diesen, diesen Uppercut, den er macht. Das an. Nee. Das gleiche. Auf den anderen. Das an, ne? Ja. Das ist wirklich ruhig. Das ist... Das ist wirklich ruhig. Endestens. Ja. Was ich... Ich habe gest... Äh, vorgestern gestrückt habe, ne? Das geht ja sehr lange, ne? Das geht ja sehr lange, ne? Das kommt ja noch die Mumien, die muss ja noch machen erst, ne? Das geht schon ziemlich lange, ne? Das stimmt schon, ja. Ja. Das schaffst du nicht mal einen ganzen Tag, ne? Auch du bist ja crazy an. Gib mir Leute, die schaffen den Witcher 3 in einem Wochenende, oder so, durchzuspielen. Ja, wenn sie die Story nur machen. So, wie konntest du mich jetzt tapen? Zack, zack, zack. Das ging, aber... Vorhin war ich in der Luft. Ja, Orea, die hat's ja vorgestern noch gestreamt. Das Ding ist Witcher, äh, Witcher... Ganz neu, ganz neu, ja. Philippi ist Schimpfer, ne? Hab ich jetzt gespielt. Das, das, das Ding ist Witcher hat auch eine Buchvorlage. Das ist ja das Ding. Hä? Äh, greifen? Hallo? Hallo? Ich hab... Ich hab... Du warst vor meiner Nase, ich hab gegriffen... Nö. Wissen wir nicht. War ich wegfahren? Nee, war's ja nicht. Das ist ja das. Genauso wie ich in der Luft nicht war. Du machst dein blöden Special und... Und der trifft. Ja, wann's das richtig ist. Wir haben ja Prioritäten. Ja, aber... Ich bin in der Luft noch. Wie kannst du mich da greifen? Ja, den war zu triftig, ja. Ach... Ich bin 10.000 Meter in der Luft. Nee, bist nicht. Das ist kein Potemkin, Mann. Das ist kein Potemkin, Mann. Geht das? Jawoll, geht's sogar. Ja. Oh. Oh, nein. Es scheint mir nur zurück zu machen. Ja, es ist natürlich ein Argument. Und es ist natürlich auch keine Normalität, dass es solche... Ähm, mehrere Städte liegt, ne? Ja. Weil Witcher 3 orientiert sich am meisten von allen Spielern durch. Wieso komme ich damit über mich durch? Auch wenn die Spiele ja ein bisschen anders sind, ne? Bei Büchern gibt's ja mehr, ähm, Schulen. Von den Witcher. Nun, du spielst die ja eigentlich nicht alle, ne? Also haben die Bücher ja auch immer weh mehr. Ja. Wie kann's das? Wie kann das treffen? Das ist doch blöd. Ja, zack, zack, Action. Nee, ich glaub mit Inu schaff ich, äh, Chip nicht. Keine Ahnung. Ich, der, der, den krieg ich irgendwie nicht so ganz. Ja. Und zwei Siegen? Dann wären's. Guck dir das an. Und den Wake-up-Shit. Ach, Mann. Natürlich. Schon wieder. Ich bin in der Luft und du kriegst mich. Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn? Weißt du was? Ach, das ist Schwachsinn. Weißt du? Ich kick dich nicht, du kickst mich nicht und dann kickst du mich auf einmal. Ach, Mann. Diese Scheiße ist ziemlich im Plus. Also. Oh, ja. Tasta! Schau! Ich mach gleich. Ich krieg dich nicht richtig. Tschüss! Ei, ei, ei. Ose, kai, chattata. Alter! Was? Ali, I, ei, ei. Was sagst du sagst du denn den? Was? Na, man. Was? Na, man. Na, man. Na, 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 na. Giga! Na, nein, na, 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 na. so greifen ist heute nicht greifen ist wieder nicht ich werde sowieso nicht rausgekommen weil das ja so ein ja anti er ist bist du in 10.000 meter in der luft das greift dich das ding meine fresse was f7 eher was für ein spiel meinst du denn im oreano weil ich bin da jetzt ja nicht so ganz klar ach das ist doch blödsinn sorry das ist blödsinn ne ich weiß ja wo du landest das ist was anderes ich springe ja ich mach ich tue job mit doppel jump und du kriegst mich mit einem scheiß special ja fall wenn sie es ist finde ich auch nicht so gut gemacht ich sag es ja dauernd aber naja es gibt so viele verantwortungsfans die sagen das ist das beste spiel weil es ja fall ist es aber es ist nicht dasselbe bei einem es ist sehr gut ja aber ich weiß nicht du schlägst ich krieg dich nicht mehr ach es ist ach nimmst du keine lässt sich dann hier ne aber du hast hurtbox weißt du ich habe hurtbox dann sollst du auch eine hurtbox haben man ey ja ahnt du deine was meine fesse ne ich kick dir nicht nicht mit ihnen das war schon sehr gelungen fand ich nur die nehmen waren super lang los die waren richtig scheiße ich hab dir schon gesagt das ist eine fortsetzung aber du willst es ja nicht wahrhaben das ist eine fortsetzung das ist eine fortsetzung haben kein schwanz aber auf der p2 ja gesehen da kannst du siehst du ja so was soll ich da machen ich glaube das ist das ist badmatch naja guck dir erstmal das an das ist technisch krank ich habe gemacht leute danke auch das ist doch keine ahnung ich komme mit der nicht an den scheiß typen drin egal ja komm ich ich verstehe es nicht alter das darf man nur schaden machen also kommen ich dachte ich glaube das wird wieder nichts nervt mich der shit ich glaube das wird wieder nichts nervt mich der shit kommt die kommt die inu so schlecht an den typen ran ey ist klar leute ich bin nicht so ich bin nicht so kein fall wenn sie 16 haben wir gewonnen dass es immer schön alles war mit clive hat man einen produkt naja klar und verloren wieder oder ja ich finde die 16 ist gut bisher was ich spiele naja ganz normale holen und singen wie immer mein gott ja ich glaube dass das badmatch up bei das kann nicht sein kommt absolut nicht sorry leute aber nicht großartig ja seit meinem 6 sieg habe ich gar nicht mehr verloren ja diese aktive rames von brem halten aber er kann es auch hallo mal kurz was wir weg von die regeln auch gar nicht mehr so aggressiv mehr als die wie früher die sind mir so gelassener bisschen mehr gelassener sagst du zack ich ne? ahhhh wieder der shit aber der ist ja noch ach man wer? irgendwie war das klar wo war das klar? hey ich habe keine leben was machst du wenn du aufstehst? special ach so das ist ja dein ding das ist eigentlich was das schlauste was man machen kann das ist ein sicherer sich schwer war dagegen zu machen wenn man was gemacht hat sowieso verdammt da sage ich das ist scheiße es war schön das heißt 30 jahre hat das problem bei den mäßigen er begann die sowas macht scheiße schön gut dass es aktiv ist aber dann muss man es auch verbessern inwiefern meinst du das? inwiefern meinst du das? ja da gibt es dauernd spielfehler die kamera steht scheiße manchmal man versteht nicht auch ob das eine hitbox aktivframes so wie es man kennt und so dabei sei dass es besser geregelt das meine ich das meine ich das ganze system wie wie die wie man gegen die ähm leute kämpfts entweder ist es so einfach gemacht dass es langweilig ist oder wir sind einfach aufgefragt sage ich immer das ganze ne weil sie seit 30 jahren nicht verbessert nicht so generell weil die haben vom normalen kampfsystem keine ahnung gegeben oder wie ist eure meinung dazu? so nach dem kampf muss ich äh ja ja aber erstmal ein bisschen taxis erklären ach scheiße irgendwann haben mich die camper aber genervt sie sind zu viele quicktimes events und trotzdem zu naja er sagt er äh ja auch ja nicht aber stimmt eigentlich das muss ja äh dies hat mich aufgereiht was das äh das ist ja auch inszenierung die quicktimes events aber es sind zu viele und das hat genervt naja können wir auch nerven das ist aber inszenierung da einfach wieder dahinten stehen und klar ja da ist ruhig geblieben ich habe klar ich habe hin du hast ja ich habe das ist ja so alles das ist ja und natürlich geht es vorbei natürlich geht es wieder vorbei natürlich kriegt er mich ich wollte so karakterwechseln bei ok dann gehen wir uns gleich ok leute die finalen kämpfe ja ihr seht hier wieder die beiden trunks gegen ich will johnny sehen und johnny star wollen wir gucken wie das hier ausgeht sorry was ist nicht angekommen ist spielen durch mit dem spiel ja klar das war ich gar nicht sei aber nächstes mal ich dachte ich hätte das spiel noch nicht arm ausführlich ja doch ja jetzt bleibt mal ruhig ach das machst du ja mal ich hab gewonnen geil ach so jetzt ist es bullshit okay gut okay weil du warst in der luft ich ergreife auf deinen crosshub und ich bin nochmal auf der anderen seite das ist bullshit ach das ist bullshit alles klar warst du schon nichts auf der anderen seite ja ich hab auch geblockt ich hab trotzdem geblockt ich hab trotzdem geblockt immer noch auch auch und das ist das ist noch dann bringt er das greifen nichts wenn du erst aufschließt hat so könnte ich ja mit dem politik wir auch machen oder mit anderen gar nicht aber das klappt ist aber ein kind war das 50 geht das so hab ich gesehen du hast nix gesehen doch nein du hast einfach gemacht du hast nix gesehen du hast einfach gemacht hätte ich es ja auch vor machen können aber ein hast du nicht du hast einfach gemacht ich hätte es locken ich hätte es locken wollen ich hätte mich nicht mal ins Verschein gesetzt habe ich auch nicht dass es ja das war es was man Oh 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 hat ich Spac-MH-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M a-S-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M das war es sehr viel jetzt mal bei 2-1-1 Okay, nächstes Mal kommt es besser zurecht Oh, ich spiele dir einfach so scheiße heute Irgendwie spiele ich scheiße heute, oder? Kommt noch Du musst mich daran gehören wieder Was? Oh, ich habe zu lang gemacht Oh, ist zurückgegangen Das wäre jetzt ein Angriff gewesen Oh, ich spreche die Gerbe alle Die Gerbe Ist auch viel zu schnell Wahrscheinlich kann ich es erst machen, wenn die vorher aktiv ist, dann Ach Heute bleibt immer sitzen Kommt noch nicht Schaut da, tust du da, da, ach man ey, während du in Luft bist, kannst du das machen. Ja. Drehen auf der anderen Seite, das hab ich nie gesehen. Ist auch nicht leicht für mich. Das war ich. Schaut da, ich bin auf der anderen Seite. Das war ich, ich bin auf der anderen Seite. Jetzt bin ich, ich bin auf der anderen Seite. Und ich bin auf der anderen Seite. mann die faust dass ich da nicht gut reagieren kann das ist so blöd das war nicht so gut für mich auch da war ich so schnell davor sind immer noch da habe ich zu wenig gemacht ich habe es hier besser angehört so lange scheiße scheiße was du machst du machst das auch du machst das auch ist mir egal du hast das dreimal gemacht ich hätte auch ich habe auch schon was gedrückt und ist mir egal bei dir funktioniert auch darf bei mir auch funktionieren ich darf nicht pfeifen da ist sie sicher habe ich vergessen oh ich verstehe es nicht wie kann das sein dass du ein plus bist die ganze zeit doch du warst ein plus und ich habe extra gecancelt keine ahnung jetzt provozierst du einmal den mr deufel man ich hätte zweimal stand aber machen können ach komm jetzt wartet er weil er gewinnt ja 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 ich war zu nervös nervt nervt das hätte ich sicherer machen können ich weiß es ist ja sicher ach man da macht er da macht er einfach nur special aber die anderen, die anderen tue ich nicht so oft benutzen Das ist jetzt auch am Ende, oder? Na, was auch, Leibunch? Ach komm! Das bringt ja auch was. Ich hab dich nicht getroffen, mann, ey! Komm schon. Oh! Oh! Komm, komm! aufschloss aber jetzt nicht Da fragt es Oh, der ist zurückgegangen. Oh, perfekt war das. What? Ui, das war knapp. Das war knapp. Wie kann das sein? Ich bin extra nicht hochgesprungen. Oh, sehr gut. Das geht doch. Ja, wenn du es vorher machst. Okay, das. Ach, Mann. Wieso habe ich die eine Runde nicht bekommen? Ich bin extra nicht hochgesprungen. Das hätte ich treffen müssen. Das bringt nichts. Mann, ey. Ja, aber dass ich überhaupt nicht rauskomme. Weißt du, das verstehe ich nicht manchmal. Du triffst mich immer. Ich muss genau treffen. Guck mal. Ich kann nichts machen, weil... Ja. Und verloren. Verstehst du, was ich meine? Also bitte. Also bitte, ey. Das ist viel einfacher. Viel einfacher. Mich zu treffen, als ich dich. Also wirklich, ey. Ja, wenn ich nahe bin, aber du kannst ja bahnen. Das bringt mir nichts. Da. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich kann nicht verspringen. Oh, zu spät, ne? Jawohl. Nee. Ausblick getroffen noch, Mann. Das meine ich. Ach, das ist Schwachsinn. Come on, Alter. Der Reichweiter hat, ne? Ja. Der Führer hat er das halt, ne? Mein Gott, ey. An sich, ey. Der Wurfweiter. Der hat auch coole Sachen. Nix hat er. Siehst du. Nix hat er. Ich verliere jeden Doofkampf. Nix hat er. Nix, nix, nix hat er. Ah. Das macht mich ein bisschen wütend. Er hat was. Klar. Wenn ich auch so eine Hitbox hätte wie du. Das meine ich. Warum? Warum zippt das nicht? Guck mal. Guck mal. Und schon wieder. Sicher. Ach komm, lag mich. Das ist... Ja, durchbleiben. Pff, bin geil. Richtig aufgestanden. Ah, zurückspringen. War der sehr, Mann. Hast du eigentlich gefallen, wenn sie 16 durch? Nee, ne? Ich? Ich hab's gerade erst angefangen, Mann. Ja, genau. Das ist, was Aurea gesagt hat. Ah, nee, echt. Dein fucking Ernst. Schon wieder der Wahl. Ach man, das... Ich kann das einfach nicht mehr. Das ist doch Blödsinn. Wie kann das sein, dass du immer noch Mieter hast? Die ganze Zeit. Wollt ihr immer was machen? Ich mach auch was. Ja, aber so... Du sollst auf fahren. Ich mach nur zu viel RC, ja. Oh, der ist so gut. Pff, was? Ach, Mann. Er war aufgeschlagen. Nee. Nee. Ich dachte jetzt... Du bist gerade erst gesprungen. Du bist gerade erst gesprungen. Du bist gerade erst gesprungen. Ich hab ja immer davon gedacht. Stille ja gar nicht dazu. Das geht nicht bei der alten. Wie kann das sein, dass du schneller Mieter hast als Kai? Wie kann das sein, dass du immer schneller Mieter hast als Kai? Jetzt mittlerweile. Ich mach mehr als du. Ja, in jedem Final Fantasy gibt's einen Sitz-Karakter. Leider kann ich das leider nicht beurteilen. Ja. Weil ihr habt noch geil gespielt, Spiel. Ich hab nicht mal Final Fantasy 15 Mal angewandt. Weil ich finde sie ja auch nicht so interessant, hätte ich gesagt. Ja, das war ein perfektes Spiel. Tja, was soll ich da machen? Also jetzt mal ehrlich, ey. Ah! Ich muss da irgendwie eine Taktik rausfinden. Ja, das war aber ich nur abgelöst. Da bin ich jetzt auch nicht aufgeregt. Ja, genau. Ja, genau. Also jetzt verspielen. Oder jetzt eben. Wie kann das sein, dass man dich nicht treffen kann? Obwohl ich in die Richtung schlage. Mann! Oh, jetzt will er wieder auf Gewinn spielen. Da wird sie jetzt ja auch nicht getroffen. Da wird sie jetzt ja auch nicht getroffen. Ach, Mann! Da bin ich Null getroffen. Ach, Mann! Trepp ich wäre, ich bin ja gut. Ja, gut. Toll! Verloren durch Scheiße wieder. Echt, ey. Stopparen! Mann! Ich kann das besser und ich krieg's nicht hin. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Du hast deinen scheiß Anker! Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! 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 Wieso? Bist du da sicher? Will ich ja nichts. Nee, aber bist du wohl, weil der zweite Angriff nicht fimmt. Dies war zum Salis. Sehr schön. Das ist doch wieder... Das habe ich... Das ist wieder sowas, wo ich mir denke, warum? Aber naja, egal. Aber ich bin auch viel zu langsam. Alles trifft natürlich. Das war's. Nein, da ist nichts. habe ich bitte was bitte was ist heftig aber ich kenne schaden ja du hast mich überschertet durch den schlag guck mal Ich hab mich so dumm verhalten jetzt in diesen Fights. Oh. Mann. Guck mal, ich mach Doppeljump und du triffst mich trotzdem. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Warum kann ich dir da die Beine nicht wegziehen? Natürlich, tschüss, tschüss. Ähm, Morialisch fragst du, wo du bist gerade in Final Fantasy 16? Äh, wow, wo bin ich gerade? Äh, ich bin gerade mit Jill wieder zurück im Versteck. Ah, gesoff, gesteckt. Okay. Hier kannst du die Jabs rausgehen. Und schon wieder. Ey, ich hätte es geschafft, aber nein, nein, nein. Also hast du schon gesehen. Jill habe ich schon gesehen. Ich bin quasi jetzt, äh, quasi hat jetzt bei mir Clive E-Feed akzeptiert. Aha. Immer der Scheiß. Immer der fucking Scheiß. Immer der Scheiß. Von dem Film, will die hier anziehen, der muss einfach so die Mail anschauen, was die macht. Das ist genau das Gleiche. Ich werde ihn. Ah, es war noch jemand anderes. Ich habe doch jetzt gerade in Komo, ob es dann noch taurig ist. Weißt du was? Das ist echt nicht normal, ey. Wie kann das rangehen, dass ich dreimal ansetze und nicht bekomme? Ja, ich muss meine Offensive besser machen. Ich muss meinen Drucker besser aufbauen. Du bist mir viel zu oft nah dran. Du machst viel zu oft die Dolphins. Ja, aber ich bin aber nicht so fit. Ich glaube, ich treffe auch. Nein, das hier. Ja. Bist du durch Grenzfass gegangen? Äh, Grenzfass, äh. Grenzfass, glaub ich. Ja, 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 bin ich schon. Ich habe gedrückt, was wir sehen. Ach, Mann. Ah, bin ich. Weißt du, wer nicht Special macht? Pff, scheiße. Wenn du machst, tipp dir mal. Komm. Wie kann das sein, dass ich dich nicht treffe, Mann? Ach, Mann. Ich bin nicht sicher. Ich dachte, wir sind zwei. Ja, Mann. 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 Das ist das, was mir, glaube ich, fehlt noch. Äh, ich verliere jetzt gerade hier am laufenden Band. Mann. Wieso komme ich da nicht durch? Das ist klar. Und da haut er einfach rein. Keine Ahnung. Ich bin zu lahm gerade. Was? Na, ist wein gemacht. Ja, klar. Und? Na, dann sollst du auch nicht dann, nicht so finden. Ja, da sollst du auch nicht so. Ihr seid im Tiefel da ja auch. Oh, mein Mann. Mann. Guck mal, das verstehe ich nicht. Achso, mich kann man ja einfach so greifen, oder was? Ach man! Wollte gerade sagen. Wieso? Mann! Ich darf keine Offensive starten hier. Das ist so bescheuert immer. Nee, du bleibst durch. Immer derselbe Scheiß. Ja. Wollte, der passt da. Das verstehe ich nicht. Und hier. Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit, dass ich nicht dich aufhalten kann. Guck mal. Ich weiß, ich mach zu Offset den, aber... Habe dich. Nein, wir haben auch oft gesehen. Ich bin einfach zu lahm. Ich bin einfach nur zu lahm. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ach, Mann. Schon wieder. Nee. Das war nichts für mich. Ah. Ich bin einfach nur zuhause. Ich bin einfach nur zuhause. Ich bin einfach nur zuhause. Wieso? Da bin ich normalerweise sicher, wenn ich diese Kombination eigentlich mache. Und er wartet wieder. Mein Gott, ey. Und das hilft, natürlich. Das ist Kombo, Mann. Das ist gut, again. Nee, das ist Kombo. Hä? Warum? Hä? Wieso trifft das auf einmal nicht? Ach, Leute. Ich... Mann, wie viel Glück kann man haben? Ja. Oh. Da war ich nicht rechtzeitig wieder dran. Guck mal, das ist, das ist... Da müsste ich Stun-Depper machen. Oder schießen. Aber ich tue es nicht. Guck mal, das ist... Und ich gehe auf. Ja. Eine. Dann kann ich jetzt auch noch etwas. Guck mal runter. Ich gehe mit. Enter. Also bin ich mit. Ich gehe mit. Okay. Und ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Also bin ich. Ich gehe mit. Guck mal, ich gehe mit. Oder geht mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit. Dann kann ich. was das war verarsche pur alter ich mach luftangriff ach das ist wieder verarsche ja aber du musst doch irgendeine hurtbox haben von hinten das ist doch blöd alter durch nach vorne und dabei komplett sicher auch was so alles nee nee passt nix weißt du wenn du sowas machst dann krieg ich in die schnauze weißt du aber ich ich kicke ich kicke in die fresse wenn ich sowas mach du kriegst gar nix i don't get it komm mal du triffst immer ich spring weg du triffst immer ich will weg deschen du triffst immer das kann ich nicht machen das verstehe ich nicht das war das war das war das war das war Das greifen hab ich geübt. Ja, es ist. Das kannst du doch irgendwie besser. Nee, da wartest du. Mann! Ah. Was? Ich hab doch gekickt. Das kannst du gar nicht machen. Doch, klar kann ich das machen. Dann kriegst du einfach in die Rippen rein, oder? Wenn du das machst. Kriegst du vorher in die Rippen? Hier, Rudi, bros. Zwischendurch, jawoll. Los mal da. Mal wieder. Ah. Ah, ich krieg den nicht. Scheiße, ich bin zu weit weg. Ich mach viel zu wenig. Ich mach viel zu wenig. Das macht viel zu wenig. Wieso trifft der Erste und der Zweite nicht mehr? Das war meine Chance. Das war meine Chance. Das war meine Chance. Du bist zweimal zurück zu Gigi gegangen. Und da kannst du nicht raus. Mann, ey. Das war gut für mich, Jan. Das war viel zu wenig. Den Angriff verstehe ich bis heute nicht. Das war theoretisch. nicht, man ey. Ich krieg noch ein bisschen tieferes hin. Was soll ich, das ist kein Kampo, war doch vorhin auch immer gekommen. Ach man, das war Geschenk. Danke. Danke, dass ich auch mal was geschenkt bekomme. Ähm, Fragen an dich. Ich schau mal, ich spiele mal die Wagen. Ähm, von Roya, hallo? Ähm, Gridfoot heißt es in Englisch, spielst du mit englischem Text? Spielst du auf Englisch oder nichts? Äh, ich spiele mit, ähm, O-Ton ist Englisch, ja. Aber mit deutschem Text. Er fragt, ähm, du kannst nicht greifen, aber du hast es greifen geübt. Du bist ein bisschen widersprüchlich, fragt, ähm, Oriano. Ach so. Ja. Ja. Ja, das war nichts. Das war für die Katzen, das gebe ich zu. So, im Panisch gleich, wow. So, im Panisch gleich, wow. Das sind nicht viele Sprüchte, ich habe einen YouTube-Vlog gemacht. Was? Magie schon. Oder nichts? Ich habe eigentlich Burst gemacht, aber das Spiel wollte nicht. Nee. Gruul 3, let's rocken! Komkodau, Tante. Gim, Gim, Gim! Gim, 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 gim. Gim, 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 Gim! was auch mal das habe immer diesmal habe ich so gemacht die jetzt an den job selbst lesen der der ist gerade beschäftigen wir mal also sollte dann sollst du ja ich habe gesagt ich tue ja vorlesen selbst wenn ich hart schlag mache von oben es ist wie kann es ist so konterbar ist lächerlich ja weil ich so langsam bin ja ich tue die falschen sachen machen ich habe es heute erzählen das so naja ihr habt eigentlich im eigenen anderen sind erzählzeit ja ich wusste doch dass er unnahmacht ich wusste es und er ist falsch in der sinn also die geht das selber diesen zeit hat seine los was haben mann kommt ein okay er ist mein bros war neben dem schieben brust Ja, das kommt! Mann, Mann, Mann! Mann, Mann, Mann! Gute an, ich bin ein Spurrauber, Schauber! Ich bin Bordheim, ich bin Bordheim! Ich habe Todesund Plus hiermit. Das habe ich. Gerns. Sehr gut. Ah, das ist falsch. Das ist falsch. Das habe ich gemeint, ich drehe sie nicht um. Das habe ich verstanden. Ihr habt gezögert, es war meine Niederlage. Das ist meine Niederlage für mich. Da komme ich schlecht raus. Das passt was. Aber ich bin sicher gegen Wurfel. So, ich bin nicht drauf erstmal. Ne. Ich lerne das nicht gegen Spiels. Das wird dann das Spiel auch für mich. Ja. 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 Ein dritter Lampf. Okay. Hm. Und trotzdem verliere ich. Das war's für mich. Oh, das hätt ich. Jawoll! Das ist Flasher. Wird nix. Was? Ach komm. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair gewesen. Das hättest du mir geben können, echt. Das hättest du mir geben können, echt. Ich muss halt die guten Matches wieder platzieren. Das sind schon ein bisschen extrem. Sind's? Ach, Mann. Und es war ein meines Jahres. Ja, Mann. Und ich verliere, weil ich die Aldi nicht tippen kann. Guck mal, ich kann dich nicht treffen, das ist doch... Kann mich da... Kann mir noch einer mal was sagen? Nee, da bleibt der liegen. Nee. Guck mal, du kannst ballern, ballern, ballern und wenn ich einmal versage, dann kriege ich das nicht hin. Warum? Warum, Leute? Warum ist das alles keine Kombo? Das ist Fassel, ich mach das 10.000 Mal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe er ist beim besten Willen nicht. Du, oh, oh. Ah. Ja. Ja. Ja, ich springen müssen, ich... Ach. ja sehe ich wie ich habe die flette bekommen das hat er wollen die hat sich geschwärts das ist aber so dass du als das deswegen hier wurde ab ist nein Mann! Ach, das ist doch nicht wahr, ey! Wir sind... Posen-Zier-Firma. Wie kann das sein, dass du mich immer triffst? Mann, bis du rauskommst, ey! Ah, ich verstehe es nicht. Und der Chaos. Jawohl. Weiß nicht, ich verliere durch die Scheiße, weil ich die Scheiße mache. Ach komm, ey! Jedes Mal, wenn ich diesen Kack-Burst mache, dann ist das keine Kombo. Was ist das für eine Kacke? Aua. Für eine Kack-Burst. Ja, okay. Ich weiß nicht. Die Kack-Burst. Ich weiß nicht, der Kack-Burst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass sich der Kack-Burst machen kann. Ich weiß nicht, dass das kein Kack-Burst. Ich weiß nicht, dass ich ihn nicht verwacht habe. Ich weiß nicht, dass da auch in einer Kack-Burst. Ich weiß nicht, dass wir die Kack-Burst ver 냄새. Oh, jetzt wartet er wieder. Was? Selbstverständlich? Naja, das ist nur ein Randstirn. Du bist ja nicht sicher da irgendwie. Pff, was ist das? Was? Wie kann man da nicht jemanden treffen? Das meine ich. Dr. Zollborn, ich nicht. Wir spielen lieber Kampffspieler als ich. Oh Mann! Diesmal hat es geklappt. Vorhin hat es nicht geklappt und jetzt hat es... Ich bin zu lahm. Meine Offensive ist scheiße. Ach, das ist nix. Das ist nix wieder. Also wahrscheinlich, wenn es vorher angegriffen wird, dann geht es vielleicht weg. Nein, ich muss viel mehr schießen. Ich muss viel mehr schießen, viel mehr den safen Scheiß machen. Guck mal, du bist nur am blocken, du bist nur am ausreißen. So. Guck mal, das ist nicht mehr safe. Warum? Das kann doch nicht angehen. Natürlich. Ich mach die String falsch. Und ich verliere, ich verliere wieder. Ach komm, Leute, könnt nicht mal. Back mit dir. Es ist nicht immer noch vorbei, ey, Alter. Ach, wisst ihr was? Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Ich überlebe. Nee, ich find das ein bisschen scheiße gerade. Keine Ahnung. Ich mach Kombos. Alter, und... Die ziehen nicht mehr ab. Das soll das. Ne, wegen des neuen Brems jetzt hier. Ja, aber... Das kann doch nicht sein. Doch, mit Mainz, vielleicht steht ja auch nicht so viel zu... äh, Schaden jetzt. Du machst mich damit K.O. Ich mach dasselbe wie du. Mann. So, warum hast du mich jetzt getroffen? Bist du nach vorne gegangen? Nein. Und schon wieder. Oh, Mann. Und ich kann dich nicht angreifen. Und er ist immer noch... Er ist immer noch safe. Er ist... Ach, weißt du was? Okay. Okay, letzter Kampf, weil... Das hat keinen Sinn. Ich bin zu lahm für den Scheiß. Was? Siehst du also, das hab ich gemeint. Ähm, mit, ähm... Designwechseln. Ich brauchte sehr, 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 sehr spät, Alter. So, wir brauchen sich eben hinter den Krapschen noch, Warte. Guck mal. Oh, natürlich brauchst du... Machst du auch nicht weiter. Scheiße. Da musst du blocken. Da musst du blocken. Was muss ich da blocken? Ich bin in deiner fucking String. Mann. Junge. Was mich nervt ist immer, du ziffst mich immer mit deinem Anker. Guck mal. Das ziffst nie. Nie. Ah. Nee, muss ich... Nein, ich verstehe nichts mehr. Ja, auf der Seite und da mach ich wieder... Komm, hör doch auf. Entschuldigung. Nee. Goss aber dann, komm mal. Ja, mach die 30 mal, komm. Okay. Ah, das ist so... Außer der Witz. Außer der Witz. Außer der Witz. Scheiße, 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 scheiße. Wollte gar nicht machen, Mann. Sehst du mir jetzt, als ich hab's doch was. Scheiße. Das ist jetzt nur ein Wunder. Das ist jetzt nur eine Wunder. Nur eine Wunder. Das ist jetzt nur ein Wunder. Keine Ahnung. Das ist auch keine Kombo mehr. Scheiße. Das war Konnis. Die ist zuerst gewonnen. Scheiße, Alter. Die, die jetzt auch gewinnen müssen. Okay, komm. Mann, Mann, Mann. Ja, ich hab's doch groß. Jetzt gewinnen. Aber ich bin nicht plus... Ich hab's halt schon so, okay. Sehr schön. So, ich hab's doch noch ein Bonos, Kevin. Aber das war jetzt... Ich hab's wieder in den Fogos. Ja, das war's. was Ok, genug, sag's doch! Arom, hab ich das gemacht? Ach, Mann! Na, da kann ich schon sitzen jetzt. Ok, noch einer rannehmen. Ok. Zehn ist voll. Was ist los? Zehn ist voll? Also ich hab meine Zehn... Meine Zehn ist voll. Meine ist schon lang, hm? So. 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 meinem kanal mal gucken vielleicht schauen wir noch mal in dnf rein oder ich guck mal was ich noch anderes mache aber erst mal ja street fighter 6 mal gucken wenn das kommt dann kommt es auf jeden fall ja wenn ich diese wie gefallen hinterlassen weiter und den kommentar und wenn euch nicht nur mein fighting stage zeug gefällt oder bei be the map master dann hinterlasst doch ein abo da und singe dann die glocke damit ihr absolut nichts verpasst ja ich würde sagen ich muss mal britte so ein bisschen vielleicht besser machen als sie noch keine ahnung naja brauchen wir schauen oder johnny keine ahnung ich weiß nicht alles klar ich würde sagen ja okay und ich bin die kay das game stage 5 und wir sehen und hören uns wieder wenn es wieder heißt let's rock